Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Bayach Leverkusen, Bundesliga 2006-2007, dritter Spieltag. Bayach Leverkusen gegen VfL Wolfsburg, Ergebnis 1 zu 1. Startelf, Bayach Leverkusen, Bud, Kostkastro, Motauni, Johann, Strenmann, Ramel, Wolfsburg, Schindler, Berbantabranda, Kapracht, Kingslink, Startelf, VfL Wolfsburg, Jonas, Müller, Müller, Melduk, Hofland, Savka, Meir, Gran, Ligte, Lamprecht, Gratinburg, Morkadigli, Kolinmovis. Das war's von Bayach Leverkusen gegen VfL Wolfsburg, 10.50 Uhr.